Komm, komm, komm! Okay, Angie, hallo! Komm doch bitte mal zu mir. Angie, wie geht's dir? Ja, gut. Geht's dir immer gut, wenn du hier beim Kampfsporttraining bei uns bist? Ja. Was bewegt dich zum Kickboxen, Jiu-Jitsu? Die Motivation. Und ja, man lernt halt einiges wie Respekt und Aufmerksamkeit. Attribute, ne? Ja, genau. Da sollte man natürlich nicht nur der sportliche, physische Bereich, sondern auch der mentale Bereich soll hier trainiert werden. Angie, dein Vater hat dich ja angemeldet, weil er gemeint hat, du hast in gewissen Lebensbereichen zu viel Energie. Geht's dir denn etwas ausgeglichener, seitdem du hier beim Kampfsporttraining bist? Ja, teilweise. Teilweise. Geht's schon ein bisschen besser. Ja, wenn man mich nicht unbedingt auf die Nerven geht. Ja, man soll ja hier lernen, seine Kräfte in die richtigen Kanäle zu schieben. Und ich hoffe, dass wir dir hier ein bisschen dabei helfen können. Ja. Damit du dein ganzes Potenzial entdecken kannst in dir. Ja. Okay. Vielen Dank und viel Spaß hier noch heute.